Wer sehen will, was aus dem Ort des einstigen World Trade Centers in New York wird, der braucht nur in die Höhe zu schauen. An Ground Zero entsteht das neue World Trade Center, neun Jahre nach den Anschlägen des 11. September. Man sieht, dass es hier einige Fortschritte gibt. Als New Yorker bin ich richtig stolz, dass hier gearbeitet wird und die neuen Bauten hochgezogen werden. Streit um das Aussehen und die Kosten haben die Fertigstellung schon mehrfach verzögert. Doch nun ist der Bau in Schwung gekommen und nächstes Jahr soll ein Park zum Andenken an die Opfer der Terroranschläge eröffnet werden. Die New Yorker haben es verdient, dass dieses Loch im Herzen unserer Stadt endlich geheilt wird. Amerika erwartet, dass wir das Richtige tun und hier wieder einen Platz errichten, zu dem man aus der ganzen Welt kommen kann. Stolz darauf, wer man ist und tun kann, was man will. Sagen, was man sagen will, beten, zu wem man beten will. Gerade um diese Freiheit beim Beten tobt jedoch ein Grundsatzstreit. Nahe Ground Zero soll ein Islamzentrum mit Moschee entstehen. Fast 70 Prozent der New Yorker finden Umfragen zufolge, dass es an anderer Stelle errichtet werden sollte. Aus Respekt für die Hinterbliebenen der Terroropfer. Ich kann den Schmerz in der Stadt spüren und die Spaltung, die diese Moschee verursacht. Wenn sie wirklich ein Zeichen von Toleranz setzen wollen, dann sollen sie damit umziehen. Doch die Muslime fordern das Recht auf ungehinderte Ausübung ihrer Religion. Viele fürchten, dass der Streit eine neue Islamfeindlichkeit heraufbeschwört. Bis hin zu der Koranverbrennung, die ein radikaler Pastor in Florida angedroht hatte. Manche Leute versuchen, Muslime als Teile von denen darzustellen, die nicht zum amerikanischen Volk zählen. Dies prangen wir an. Wir alle sind Teil des amerikanischen Volkes. Neun Jahre nach dem 11. September sind Fortschritte zu sehen. Doch die große Frage ist, wird diese Städte, die viele als heiligen Boden ansehen, Frieden bringen? Oder mehr Streit?